Trumpf ist ein internationales Unternehmen mit weltweit mehr als 14'000 Mitarbeitern in den 73 Jahren. Ich bin Sandra Dürnberger und habe vor kurzem mit der TAPFG das zweite Lehrjahr als Elektronikerin bei Trumpf abgeschlossen. Jetzt zeige ich euch meinen Berufsantrag. Kommt mit! Ich habe eine Prof. Elektronikerin gewählt, weil mir die Abwechslung zwischen Handwerk und der Arbeit am Computer gefällt. Meine Lehre habe ich in der Produktion gestartet, wo ich unsere Produkte kennengelernt habe. In unserem Lerncenter habe ich nachher mechanische Tätigkeiten wie Bohren und Fräsen gelernt. Später haben wir die Möglichkeit, dieselbe elektronische Baugruppen zu designen. Den grossen Teil der Lehre arbeiten wir im Entwicklungslabor. Dort lernen wir die Grundlagen für Elektronik, praktische Handwerke löten und verschiedene Messinstrumente. Mein Name ist Mick Meier. Im vierten Lehrjahr bin ich jetzt auf die Abschlussarbeit und die IPA am Vorbereiten. Wir Lehrlinge haben untereinander ein sehr freundschaftliches Verhältnis. In der zweiten Hälfte der Lehre lernen wir hauptsächlich zu programmieren. Ausserdem bearbeiten wir immer selbstständiger grössere Projekte. So übernehmen wir automatisch mehr Verantwortung für unsere Arbeit. Jetzt hast du einen kurzen Einblick in unseren Proafsa-Tag als Elektroniker. Hat es dir gefallen, dann bewirte jetzt bei Dumpf Schweiz. ENTERTITELUNG disinfectant Vielen Dank.